Hi, ich bin der Frederik Schell. Was ihr hier seht, ist der LKW vom Projekt Heidexpeed. Dieses Projekt wurde aufgebaut mit der Firma EVS, die hier in der Region schon länger an Elektrofahrzeugen arbeitet. In Kooperation mit diversen anderen Unternehmen, mit dem Kommunikationsbüro, mit SV Engineering, mit dem netten Erbieter, der nach drüben herum rennt, um natürlich noch nicht zu mehr Essen gehen. Das war für uns eine ganz tolle Chance als Städte. Also wir sind glücklich, ich glaube, ich war jetzt mittlerweile über 2 Jahre hier. Ich habe, glaube ich, über 20 Städte hier kommen und gehen sehen. Es ist eine super Chance, hier erfahren zu sein, wirklich im Projekt mitzuarbeiten, sich zu engagieren, erfahren für Lebensläufe, sagen wir mal. Also das sehen Unternehmen immer gerne. Und natürlich auch diverse Abschlussarbeiten und Projektarbeiten, die hier gerne. und dann so ein Projekt eben gemacht werden. Also ich zum Beispiel habe vor anderthalb, zwei Jahren auch meine besten Tätes gemacht und bin jetzt dann demnächst mit dem Master fertig und habe hier, sage ich mal, auch schon meine potenziellen neuen Arbeitgeber kennengelernt.